Viparita Dhanurasana ist der umgekehrte Bogen. Du hast die Handhaltung und die Beinhaltung wie im Bogen, aber statt das Bauch unten ist es der Bauch oben. Fabian zeigt, wie es geht. Ausgangslage ist Setu Bandhasana, die Schulterbrücke. Von hier fasst du mit den Händen an die Fußgelenke und verschiebst dann den Kopf so, dass der Scheitel auf dem Boden ist und du streckst die Ellbogen aus. Du brauchst starke Nacken und du solltest keine Halswirbelsäule Probleme haben, um das auszuprobieren. So stehst du mit Hauptgewicht auf dem Scheitel und etwas Gewicht auf den Fußsäulen. Eine fortgeschrittenere Form von Viparita Dhanurasana besteht darin, dass du noch die Fersen hebst. Das führt dazu, dass noch mehr Gewicht auf dem Scheitel ist. Viparita Dhanurasana ist eine Rückbeuge, dehnt Brustkorb, Bauch und Oberschenkel, hilft auch in der Schulter weit zu werden, gibt ein Gefühl der Öffnung zum Himmel hin und stärkt die Halswirbelsäule. Wenn du eine gesunde Halswirbelsäule brauchst oder haben willst bis ins hohe Alter, ist es gut, die Halswirbelsäule öfters zu belasten, wie zum Beispiel den Kopfstand oder Viparita Dhanurasana, aber du darfst die Halswirbelsäule nicht überlasten. Mache diese Stellung dann, wenn du merkst, es tut dir gut und dann ist es gut, einen gewissen Druck auszuüben. Der Mensch ist ein Organismus, der sich an die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Wenn du einen gewissen Druck auf ein Körperteil ausübst, werden die darunterliegenden oder darunter der darüberliegenden Organsysteme, Knochen und Gelenke gestärkt. Nur du darfst nicht übertreiben, sonst kann es eben zu Schwierigkeiten führen. Ja, danke an Fabian, Ausbildungsleiter bei Yoga Vidya, der die Stellung vormacht und danke an Durga Das hinter der Kamera. Mein Name ist Sukadev, wir sind von www.yoga-vidya.de.